Kopflose Schaufensterpuppen in einem Laden in der afghanischen Stadt Herat. Die Taliban haben die Besitzer von Kleidungsgeschäften aufgefordert, ihren Schaufensterpuppen die Köpfe zu entfernen. Der Grund? Die menschliche Darstellung verstoße gegen islamisches Recht. Wir bitten unser Volk noch einmal, unseren Anweisungen Folge zu leisten und unsere Inspektoren nicht zu zwingen, in die Geschäfte zu gehen, um unsere Anweisungen durchzusetzen. Die Menschen sollen den Puppen die Köpfe abschlagen. Die Kleidung soll die Körperrundungen der Puppen ganz bedecken. Das wird den Ladenbesitzern keine Probleme bereiten, sondern ein Laster verhindern, was gut für sie, für das Land und für uns alle ist. Einige Geschäftsleute hatten die Köpfe der Puppen zunächst nur bedeckt. Das reicht den Behörden aber nicht aus. Wir haben unsere 15 Schaufensterpuppen geköpft. Auf Anweisung der Behörden hin. Jede Schaufensterpuppe kostet umgerechnet rund 42 Euro. Wie Sie sehen, haben wir ihnen die Köpfe abgeschlagen und das kostet uns jeweils umgerechnet rund 20 Euro. Wenn es keine Schaufensterpuppen mehr gibt, wie können wir dann unseren Kunden die Waren präsentieren? Seit ihrer Machtübernahme im August haben die Islamisten eine zunehmend strikte Auslegung des islamischen Rechts durchgesetzt. Insbesondere die Freiheiten von Frauen und Mädchen wurden stark eingeschränkt. Die Taliban gehen zudem verstärkt gegen den Alkoholhandel sowie Drogenabhängige vor und verhängten ein Musikverbot.